Ja, was sagst du denn dazu? Nichts. Und was machst du hier? Dämliche Frage. Gucken. Suchst Arbeit? Hier? Ja, wir wollten nämlich gerade zu dir. Zu mir? Ja. Und was wolltet ihr bei mir? Du musst zu deinem Schwager. Zu meinem Schwager? Dein Schwager arbeitet doch in der Carbidfabrik in Wittenberge. Was soll ich denn in Wittenberge? Carbid holen. Aber sonst geht's euch danke, was? Nun hör mal zu, Kalle. Wenn wir hier wieder Zigaretten machen wollen, dann müssen wir an die Maschinen ran. Wenn wir an die Maschinen ran wollen, müssen wir die Träger aus den anderen schweißen. Und was brauchen wir zum Schweißen? Carbid. Und Carbid gibt's eben nur bei deinem Schwager in Wittenberge. Wittenberge. Kalle, wie soll ich denn da hinkommen? Nun, per Anhalter oder zu Fuß. Kalle, du bist Rohköstler. Du findest doch unterwegs reichlich zu essen. Und die herrliche Landschaft, Kalle. Sag ich Ihnen, Frosch. Ausgerechnet ich. Guck mal, Kalle. Wir anderen haben doch alle Familien. Hier. Wo ist denn Dresden? Hier. Hier sind wir. So weit ist es nun nach Wittenberge auch wieder nicht. Na? Bis zum nächsten mal. Chau? Vielen Dank.